Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute unter anderem mit dem Thema Model Y Ladekurve mit der BYD Batterie. Außerdem Verzögerung bei dieser Variante, wenn es um die Auslieferung geht. Wir haben den aktuellen Tesla Bestand und mögliche Preissenkungen stehen vor der Tür. Und wir haben Model Y 7 Sitze, da gibt es leider schlechte Nachrichten. Und ein kleines App Update und Änderung, das schauen wir uns auch noch an. Und wenn du noch dabei bist, lass gern ein Abo da. Ja, wir haben hier einmal den aktuellen Bestand für ganz Europa. Und der ist so hoch wie noch nie zuvor. Liegt unter anderem auch am Model S und Model X. Diese beiden Varianten, da gibt es keine offenen Bestellungen mehr anscheinend. Und deswegen wird Tesla sicherlich im Laufe des Monats oder im nächsten Monat spätestens ein Paket schnüren, um diese Autos, nachdem sie jetzt aus den USA hier angekommen sind, auch noch zu verkaufen in diesem Quartal. Dann haben wir einmal das Tesla Model 3. Das ist relativ gleich. Man könnte schon fast sagen, ein Ladenhüter. Das liegt aber weniger an Tesla. Das liegt daran, dass es einfach eine neue Version gibt. Und viele natürlich darauf warten, was wird sich da ändern. Und dann, sobald man das dann tatsächlich auch bestätigt hat, dann werden sicherlich auch nochmal Preissenkungen für diese Versionen kommen. Und sollte das sich noch weiter verzögern, wird Tesla hier sicherlich Richtung Ende des Quartals noch weiter etwas machen. Ja, das Model Y ist weiter natürlich verfügbar. Das ist wenig überraschend. Mit der Model Y Hinterradantrieb Variante aus Deutschland kommen ja immer mehr Autos aus Grünheide. Und somit soll es natürlich möglich sein, ein Elektroauto sofort verfügbar zu kaufen. Und nicht jeder Autobauer kann dieses gerade bieten. Und unabhängig davon natürlich dann auch noch von den Preisen her. Und das ist natürlich ein Argument, mit dem Tesla jetzt spielt. Sofort verfügbare Model Y. Auch wenn man fairerweise sagen muss, für ganz Europa sind es nur 2000. Also so viele Autos sind es auch nicht. Auch wenn immer viele gerne darüber berichten, große Parkplätze, voll mit Auto. Das sind Autos, die in den Export gehen. Nach Taiwan, nach Israel, in die Türkei. Und sicherlich wird im Laufe des Jahres irgendwann auch noch die Bestellung für Großbritannien aufgemacht. Sodass dann entsprechend Grünheide auch nach Großbritannien exportiert. Somit müsste dann nur noch Giga Shanghai das Tesla Model 3 produzieren. Das ist ja dann auch langfristig geplant hier in Grünheide mit weiteren Produkten. Und dann haben wir einfach auch viel kürzere Lieferzeiten. Ja, ein weiterer Aspekt ist natürlich die Lieferzeit des Model Y Hinterradantrieb mit der BYD-Batterie. Die verzögert sich um zwei Wochen für einige Besteller, denn es gab einen Formfehler. Aber als allererstes schauen wir uns einmal die Ladekurve an. Ich selber habe ein Model 3 mit Kattelbatterie für lange Zeit gefahren. Ich fahre zur Zeit an Model 3 Long Range und sehe da schon einige Unterschiede. Ich fand die Kattelbatterie immer sehr, sehr angenehm. Und bei der BYD-Batterie ist es aber so, dass sie einfach mehr Power hat. Knapp 175 Kilowatt von 20% auf 30% und 50%. Oben siehst du die Linie. Also da kann man richtig mit Power laden. Bei der Kattelbatterie wiederum sieht es anders aus. Da geht es ganz schnell von 174 Kilowatt runter auf unter 150 und bei 50% ist man dann nur noch bei ca. 110. Das heißt, man kann, wenn man zwischen 20% und 50% auflädt, doch in einer sehr hohen Geschwindigkeit aufladen. Und da schlägt sich die BYD-Batterie um einiges besser als die Kattelbatterie. Und das heißt, das ist ein Vorteil, den man sich einfach klar machen muss. Diese Referenz und diese Erfahrung kommt von einem TFF-Mitglied, nur das als Referenz, wenn ihr euch fragt, wo das herkommt. Also das sind die ersten Erfahrungen. Jetzt befinden wir uns im Sommer. Es kann natürlich auch im Winter noch anders laufen, aber grundsätzlich ist das schon mal eine sehr gute Nachricht, dass die BYD-Batterie hier ihre Arbeit gut macht. Dann gab es noch einen Formfehler für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Es heißt, Tesla muss und jedes andere Auto muss ja auch angemeldet werden von jedem anderen Autobauer. Man muss Produkte ja anmelden und dann entsprechend alle Produkte Daten angeben. Deswegen wussten wir ja schon lange Zeit, dass es ein Model Y mit Hinterradantrieb mit einer BYD-Batterie geben wird. Und das hat sich ja jetzt auch bewahrheitet und da gab es einen Formfehler. Bedeutet für die Kunden, die, die betroffen sind, wurden schon informiert und es werden dann einige das Auto eben halt entsprechend zwei Wochen später bekommen. Ja, dann haben wir ja nur noch die fünf Sitze, die man auswählen kann. Das war in Kanada, Australien und Amerika mal noch anders und das wurde überall gestrichen. Australien vor wenigen Tagen, dann auch Kanada jetzt und in den USA ja schon länger nicht mehr möglich. Deutschland war schon lange, lange davor da. Also es wird wohl erst mal nur noch fünf Sitze geben. Und wenn wir gerade bei dem Glasdach sind, was wir hier noch sehen, ich kann es euch nur empfehlen, weil der Sommer wird heiß. Auch heute wieder ein heißer Tag. Ich habe Sonnenschutz da, aber ich habe es noch da, weil die Nachfrage so groß ist. Mit dem Code auf tessisupply.com, marian2023, kannst du noch 10% Rabatt bekommen, denn wir werden wirklich wieder einen heißen Sommer haben. Und ob es das Model 3 oder Model Y ist, wir haben sehr, sehr viel da, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass es nicht mehr lange dauert, bis es weg ist. Schau also gerne mal vorbei, da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Und hier haben wir auch das Thema erneuerbare Energien. In den letzten Wochen ging es immer weiter nach oben, ist natürlich der natürliche Prozess. Wir gehen jetzt auf den Sommer zu, wir sind im Sommer angekommen, aber auch schon vorher waren das sehr, sehr gute Werte für die Europäische Union. In Deutschland gab es ja jetzt einige Tage, es ist ja unglaublich gewesen, wie hoch der Anteil war. Natürlich an Feiertagen, die Leute sind unterwegs, sind vielleicht nicht zu Hause, aber irgendwo verbrauchen sie dann doch immer Strom. Warum finde ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Es ist noch ein langer Weg zu gehen. Es gibt ja viele Diskussionen, viele Talkshows und viele Artikel, die geschrieben werden über die Art und Weise, ob man erneuerbare Energien ja weiter fördern sollte, Atomkraft und so weiter und so fort. Ich finde, wir sind hier auf dem richtigen Weg mit den erneuerbaren Energien und damit werden natürlich auch die Elektroautos ein bisschen sauberer. Und was China betrifft, die haben ja zum Beispiel noch sehr, sehr viel Kohlestrom und Atomstrom, das ist ein Riesenproblem dort. Aber auch China baut ja weiter die erneuerbaren Energien aus und was auch weiter ausgebaut wird, sind die Verkäufe. Denn wir können sehen, dass Tesla hier richtig, richtig gut auf dem Weg ist. Auch hier nur transparenzmäßig diese doch sehr gerade Linie von links nach rechts, das war der Lockdown letztes Jahr. Da konnte natürlich kein Wachstum passieren, aber Tesla wird hier sicherlich die 500.000 Autos nur für China auf jeden Fall durchbrechen. Das sollte möglich sein und damit haben sie dann schon einen ziemlich guten Anteil am Gesamtautomarkt. Das wären dann circa 5 Prozent. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Also die Elektromobilität in China setzt sich auch immer mehr durch. Dann gab es noch ein kleines Update, wenn ihr es noch nicht entdeckt habt, für die 4.21.0 Variante. Denn da ist es so, wenn man auf das Servicefeld geht, kann man tatsächlich beim Service jetzt auch sehen, ob die Türen offen sind, der Kofferraum offen sind. Das Auto nimmt die entsprechende Farbe an, die man auch in der Realität hat. Also da kann man solche Sachen jetzt dann auch sehen und das ist eine Änderung für weltweit. Sonst ist es sehr ruhig um Software-Updates in letzter Zeit geworden. Da wird sicherlich in der nächsten Zeit noch mal ein größeres kommen. Hoffentlich mit guten Funktionen. Lass mich gerne mal wissen, bist du gerade zufrieden mit deinem Tester? Ich würde mich auf jeden Fall auf dein Feedback freuen und wünsche dir noch einen schönen, schönen Tag. Mach's gut. Bis morgen. Wir hören uns wieder.